In der breiten Öffentlichkeit würde ich gerne über die Baubranche sagen, dass sie sehr vielseitig ist und dass es sich auf jeden Fall lohnt, eine Lehre in der Baubranche zu machen. Die Entlöhnung ist gut und wir haben sehr gute Chancen, sich nachher weiterzubilden. Meine persönlichen Erzeugungspläne sind nachher... Also ich habe jetzt Mauer gelernt und jetzt möchte ich mich weiterbilden in dieser Branche und lerne jetzt noch Bauingenieur. Ich muss jetzt anfangen zu studieren und dann mache ich die Projekte begleitend und dann dauert das fünf Jahre. Mich fasziniert eine tägliche Arbeit als Mauer, schnell Fortschritt zu machen, also ein Hauswert relativ schnell gebaut und dann sieht man immer, was man geleistet hat. Also jeden Tag kommt man ein Stück weit und man sieht am Abend, dass man wieder viel geleistet hat und das ist eigentlich recht faszinierend. Bis zum nächsten Mal.